ARKLOS Arklos Ex-49er, guter, gerader Kerl, aber psychisch instabil. 49er, wart ihr nicht die großen Spurenfinder damals, Mordfall Herkes? Vielleicht ist damals irgendwas schief gelaufen. Die Spuren, die ich gefunden habe, ich kann mich nicht daran erinnern. Er wirkt verwirrt, sieht aus wie ein Penner. Er hat sich aus unserem Leben verabschiedet. Ablass kommt bald wieder, Lanza. Sie arbeiten eng mit dem 49er, richtig? Basha Kiez, ja. KDD ist da rund um die Uhr an der Front. Der Club der einsamen KDD fällt, hm? Musa Basha hat sich umgebracht. Vielleicht hängt das ja zusammen. Was wollen sie denn von mir? Ich will wissen, was damals passiert ist. Du hast so viel kaputt gemacht. Weißt du eigentlich, wie weh du uns tust? Wer liebt euch? Willst du überhaupt nach Hause zurück? Wovor hast du denn solche Angst? Leks auf den Tisch, Adler. Haben Sie eine Idee, was das hier für ein Logo ist? Die legen jeden um, der an den Fall Harris rührt. Wer sind die? Die Frage ist, was haben die noch gedeckt? Es ist deine Schuld, Atlas. Wo ist meine Tochter? Ich hab dir nicht die Wahrheit gesagt. Wir sind keine Engel! Wovor hat euch, was hat das nicht gesagt? Die Verkauf übert. Die Verkauf übert. Wovor hat euch, was.